Lange Tafeln, auf denen das Silber blitzt und glänzt, hunderte Teller millimetergenau platziert. Der große Festsaal im Hamburger Rathaus macht seinem Namen alle Ehre. Das traditionelle Matthiemal findet wieder statt. Das Matthiemal ist das älteste noch begangene Festmahl der Welt, belegt seit 1356. Wir haben etwa 400 Gäste als Zusagen. Als Ehrengäste, die auch sprechen werden, haben zugesagt Helga Schmidt, die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, und General Cavoli, der Oberbefehlshaber der NATO. Zu so einem wichtigen Anlass werden natürlich die feinsten Schätze des Hauses auf den Tischen platziert, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Silberschatz der Stadt Hamburg besteht aus Geschenken von Senatoren, Bürgermeistern und Königen. Eine Sammlung, die über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist. Die Silberschätze, die stehen auch tatsächlich nur beim Matthiemal auf den Tischen, ansonsten werden die ganz selten nur rausgeholt und auf jeden Fall nicht für ein Dinner. Wir haben beispielsweise, was vielleicht ganz spannend ist zu hören, das älteste Stück, was letztendlich damals noch ein Überbleibsel dessen Zeit ist, Das ist eine Sanduhr, eine kleine Sanduhr, die aus dem Jahre 1356 noch stammt. Das tolle Silberbesteck, was Sie sehen, es sind über 3000 Stücke, die nochmal manuliert werden müssen, poliert werden müssen, dass die so glänzen, wie sie es heute tun. Die wunderschönen Gläser auf den Tischen mit ihren goldenen Emblemen, die tatsächlich auch nur einmal im Jahr verwendet werden. Insgesamt 120 Küchen- und Servicekräfte achten beim diesjährigen Matthiemal auf einen reibungslosen Ablauf. Und nach dem feinen Essen wird es ernst. Bürgermeister Peter Tschentscher und die beiden Ehrengäste treten ans Mikrofon und sprechen über das Thema des Abends. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir können in der jetzigen Zeit das Thema Ukraine, Sicherheitslage in Europa natürlich nicht ausblenden. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen diesen Abend nutzen, zu diskutieren über die Lage in der Ukraine, aber auch um die Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik in der Zeitenwende. Und natürlich auch die Frage stellen, inwieweit ist Hamburg als Stadt und auch als Bundesland betroffen von der Sicherheitslage in Europa. Trotz des ernsten Themas ist die Vorfreude auf das traditionelle Festmahl groß, nachdem es die letzten zwei Jahre wegen Corona nur digital stattfinden konnte.